So, heiho Ruffnicks! Wir spielen weiter Starship Troopers. Dritte Mission müssen wir jetzt sein, ähm, Mienenfrieden. Heute mit dem Stream dabei, deshalb kann es ein bisschen lauter werden. It's an oar effort for the war effort. And they're not going to let a few bugs scare them off. The mobile infantry has begun escorting workers, many of them patriotic volunteers, back into the mines, so they can keep excavating the future of humanity. Ich glaube aber, wenn ich einmal durch bin, werde ich es nochmal auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad versuchen. Aber ich hatte jetzt ein bisschen Sorge, weil mein Gehirn nicht 100% fit ist, hier, ähm, Probleme zu bekommen. Die Mission kennen wir übrigens noch aus der Demo. Ja, und die fand ich nicht so, damals nicht ganz so einfach, weil, äh, du musst ja später die, ähm, Bergbauteams retten, die ja einfach mal landen. Infantrie, standing by. Standing by. With me. Sir, yes, sir. Affirmative. Sir, roger that. Come on. Yes, sir. Come on. Come on, you apes. Weil die heroischen Zivilisten und Bergbauarbeiter wollen ja ihre Mieden zurückhaben. Get this base ready for what's coming. Sir, push it up. Trooper standing by. Our war support has increased, sir. That area has been declared secure. We're sending the first group of miners into Shaft 1. Secure my ass. This place has more bugs than the Shreveport picnic in July. Command believes the risk is acceptable. Mining operations have been delayed long enough. We need more time. Damn it. There's been an incident. At the mine. Oh, was it bugs? The bugs I said that were definitely down there. We have reports of some casualties among the miners. Some casualties? It'll take hours to sort out which bits go in which coffin. We expected attacks. That's why you're there. Clear the sight of bugs. Try to minimize disruption to the mining operation. And protect the miners. Of course, that too. Yeah, the machine is so leicht umgebaut. Also, I can't remember to remember, that you could open the door here. Just in the way to the demo. Yes, sir. Get your gear. We're moving in. Sir. Mine säubern. Look alive. Squad moving out. Come on. Come on. Come on. Standing by. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Denk mal, ein Trupp wird reichen. Roger that. Alright. That mining shaft is operational again. There's three others around here. The command wants up and running. ASAP. Sir. Come on, you apes. Squad moving out. Troopers. Yes, sir. Standing by. Wir sind unterwegs. Wir brauchen aber Geschütze. Infantry. Standing by. Infantry. Standing by. Yes, sir. Troopers. Standing by. Troopers standing by. Affirmative. With me. Yes, sir. Roger that. Engineers here. Intelligence reports that there are Qualcomm bases nearby used to provide logistical support to the mines. Yes, sir. Command is collecting eager volunteers to operate those mines. But those bases are needed for dropship insertion. Troopers, listen up. You heard the officer. Get a scouting party together and start getting those bases back online. Wie stärkt er dein Immunsystem? Ist übrigens eh auch ein bisschen schwierig. Du kannst ja plötzlich eine Immunschwäche entwickeln, von der du überhaupt nichts mitkriegst. Aber Hauptsache, ihr nehmt nicht unnötig Vitamin C zu euch. Das ist mir totaler Nonsens. Wird aber immer noch viel in der Bevölkerung suggeriert. Vitamin C ist das erste Vitamin, was synthetisiert werden konnte. Und es hat keinerlei Auswirkungen darauf, ob du krank wirst oder nicht. Vor allem nicht, wenn du, ähm... Stopp. Vor allem nicht, wenn du schon krank bist. Ist das mir total egal, ob du Vitamin C zu dir nimmst. Sir, additional supplies are now available. Na, ich hoffe, die Geschütze reichen. Kann mir jemand was über das Universum vom Spiel erzählen? Es gibt Bugs. Bugs breiten sich aus. Über das Universum. Indem sie, äh, kontaminierte Asteroiden auf andere Planeten schleudern. Dann haben die Bugs ein, haben die Erde angegriffen. Es gab einen Bugkrieg, wo ganz viele Menschen gestorben sind. Ich glaube, Washington D.C. zerstört wurde damals. Und dann gibt es den zweiten Bugkrieg, der dadurch entsteht, dass, ähm... Ja... In Südamerika eine Region zerstört wird. Und deshalb gibt es diesen Bugkrieg, in dem wir uns gerade befinden. Oder war es Argentinien? Wie hieß es denn nochmal? Scheiße. Ich habe die Tage nochmal nachgeguckt gehabt. Wie an das Iris, dankeschön. Ja, wie an das Iris war im Arsch. Komm, so, additional supplies are now available. Standing by. On the move. Sensor are picking up new Bughive-Activity. Standing by. Troopers, listen up. Yes, sir. Infantry, come on. Look alive, Troopers. Come on. Roger that. Look alive, Troopers. Und er ist so wie in Infanterie gegangen. Und er hat mit seinen Eltern telefoniert, während Buenos Aires zerstört wurde. Das fand er natürlich richtig scheiße. Und deshalb hat Rico angefangen, Bug zu ficken. Ins Gesicht. Wir haben die Waffen, wir haben die Schiffe. Das, was fehlt, bist du. Ja, kamen die heiße Schnitte aus dem Film. Der hatte so einen schönen Mund. War schon eine geile Sau. Eigentlich hat die Besetzung von Starship Troopers eher an den günstigen Pornos erinnert. Affirmative. Yes, sir. With me. Sir. Yes, sir. Look alive. Infantry, come on. Troopers, listen up. Yes, sir. Troopers, listen up. Come on, you wings. Affirmative. Die Rothaarige war heißer. Boah, ich fand die Rothaarige super nervig. Die hat keine Seele gehabt. Wie viele politisch inkorrekte Aussagen kann ich heute noch tätigen? Counter läuft. Alert. Roger, listen up. Yes, sir. Come on. Infantry, standing up. A unit has been promoted, sir. Okay. This mind shaft is clear. Dizzy. Roger that. Standing by. Troopers, stand up. Und Rico kneit sie, obwohl er sie gar nicht liebt. Yes, sir. Listen up. Und Carmen lässt sie auf diesen ekelhaften anderen Typen ein. Standing by. Der von Anfang an Kacke war. Sir. Troopers, listen up. Und ja, der spätere, äh, nette Herr aus, äh, How I Met Your Mother war auch dabei. Er war aber kein Sexarchitekt. Der war auch nie Sexarchitekt. Ich weiß. Ich wollte aber irgendwas von How I Met Your Mother eben. Let's go. Everybody fight. Let's go. Mein Fehler. Sir. Yes, sir. Fire will. Muss werden. Troopers, listen up. Sir. Move out. Affirmative. Standing by. Let's go. Yes, sir. Ich habe das Buckness nicht gesehen. On the move. Yes, sir. So, um Funker zu kriegen, muss ich aber Leute zurückschicken, mal eben. Sir. Yes, sir. Warum darf ich dich nicht zurückschicken? Ach so. Mein Fehler. Das ist ja Dropship-Transport. Sir, Intel reports a new bug-threat in our sector. Yes, sir. Listen up. Yes, sir. Sir. With me. Roger that. Move out. With me. Opsala. Opsala. A unit of being promoted, sir. Come on. Open fire. Look at the light. Troopers. Bugs. Standing by. On the move. Listen up. Affirmative. Standing by. On the move. Infantry. Standing by. Yes, sir. Troopers. Standing by. Sir. Move out. Standing by. On the move. With me. Troopers. Listen up, sir. Standing by. Sir. Yes, sir. Troopers. Affirmative. Listen up. Our war support has increased, sir. Look alive, troopers. Engineer is here. Troopers. Listen up. So, was war nochmal die Spezialfähigkeit von den Funkern in Landungszone? Setzen. Roger that. Affirmative. Roger that. Roger that. Roger that. Und ja, der Film orientiert sich ja nur grob am Buch. Das wurde ja auch schon sehr häufig erwähnt hier. Troopers. Muss man den Film ja als solchen dann sehen, trotz, also immer noch. Und ich finde, als Film ist das ein guter geworden. Das ist genau dasselbe wie bei Herr der Ringe. Da ist der Film ja auch nicht 100% das Buch. Der wurde halt für Kino optimiert. Sagen wir einfach, sie bedienen sich am Universum. Und das ist es dann halt dann gewesen. Disney hat die Lizenzen für die Filme. Ja, dann könnt ihr euch darauf freuen, dass dann eine Animationsserie kommt irgendwann. Es gibt eine Animationsserie schon. Aber Disney hat die Filme nicht produziert. Äh, ich finde es übrigens überraschend, wie die Leute jetzt mit der Bette-Tech-Mütze mich immer so ausfragen. Es ist halt eine Bette-Tech-Mütze. Und mein gesamter... Ich habe... Alle meine Mützen sind Merch-Mützen. Und früher habe ich gar keine Captions getragen, deshalb sehen viele davon einfach noch aus wie neu. Gibt es nicht sogar vier Filme? Also auf jeden Fall weiß ich das nach dem ersten Film, sollte man sich keinen mehr angucken. Von Starship Troopers. Die anderen beiden sind halt wirklich durchwachsen gewesen. Die sind dann halt komplett in die Trash-Zone so ein bisschen abgedriftet. Ich benutze die Schrotflinten. Das ist echt cool mit der vorgezogenen Landezone. Aber ich finde, das Spiel macht einfach so viel richtig. Also es ist natürlich jetzt, äh, kein Riesenteam, ne? Aber sag ich mal, für die Schmiede auch, dass das von Slytherin Games gemacht wird, die ja eigentlich, sag ich mal, sehr strange... Danke, äh, Dora, für dein Abo, was du verschenkt hast. Taktisch, sag ich mal, sehr deep Spiele anbieten, sagen wir es mal so, die aber grafisch, sag ich mal, immer sehr schwächeln, ist das halt schon eine gute Steigerung, ey. Ich denke mal, es wird am Ende auch im Wertungskasten von Female Scene so zwischen 70, 80 sein. Mit negativen Bewertungen, weil... Moment, wir nehmen euch... Weil es kein Multiplayer gibt und solche Geschichten. Dora Bauke oder Don Rabauke. Ach, was auch immer. Trotzdem vielen Dank. Don Rabauke. Es tut mir leid, ich bin krank. Mein Gehirn arbeitet wirklich schlecht im Moment. Ich bin froh, dass ich das hier, äh, dass ich da hier nicht komplett versage beim Spiel. Ja, leck mich. Richtig, die Funke nach vorne zu schicken, ist immer ein guter Plan. Das ist ja gerade das Schlimme, da ich nicht so 100% aufnahmefähig bin und das hier spiele. Deshalb spiele ich auch nur auf Normal und nicht auf Schwer, weil dann wird mich schwer nämlich richtig ficken. Ich will mir gar nicht vorstellen, wenn die Leute hier nur 50% Schaden noch machen. Wir haben eine Unit unter Attack. Ja, das ist mir? Ja, Herr. Bleib hoch. Auf mich. Wir haben dich in der Demo gesehen, schiebe ich nicht auf die Krankheit. In der Demo war ich überhaupt nicht schlecht. Schauき, Sir. On the move. Infantry, standing by. Listen up. Trooper, squad leading up. Do it! Fast. Yes, sir. Ah. Woof, am back, trooper. Trooper, listen up. Trooper, listen up. Shotgun power. Yes, sir. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Listen up with me. Move out. Infantry, sir. Squad, standing by. Come on, you apes. Trooper, let's go. Ihr könnt mal zur Seite gehen, weil hier ist noch Sekundärziel. Sniper, ich will dich da oben sehen. Ja, Sir. Ich weiß, ich lasse sie gerade auffüllen, aber ich will noch nicht die zentrale Mine reinigen. Aber der Shooter damals war nicht mal so schlecht, aber der war performance-technisch die Hölle. Schon Ewigkeiten her, der Starship Troopers Shooter. Jetzt könnt ihr die Mine säubern. Wegen ist das Spiel bugfrei. Mir sind unzählige Bugs aufgefallen hier. Sie kommen einfach aus allen Ecken. Nee, das war gar nicht die Mission, die ich gedacht habe. Die Mission, die ich gedacht habe, kommt dann noch? Welche Mission war es denn, wo einfach die Minentips losgelaufen sind? Obwohl man gesagt hat, nee, wollen wir nicht. Hm. Oder ich habe mir das alles eingebildet. Ja. 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 Ja.